einen wunderschönen guten tag oder guten abend und willkommen zurück zu einer neuen folge wir werden heute ein bisschen ja was wird machen ein bisschen unser land erweitern und ein paar außenposten einnehmen glaube ich und erst mal ein feuer entzünden also so ist der plan warte was ich kann 48 feile halten dieses ist das krepp krasse egal wen habe ich den grad da bis ok bist nein du hast jetzt urlaub ich hätte gern freya wieder und wir werden uns jetzt ich habe gleich guckt ob hier ein krokodil rumschwimmt springt einfach so ins wasser boah freya jetzt habe ich dich aus versehen gehauen ganz schnell weg ich habe da ein miesen leben gelüten gehört so auf geht's ich habe wieder was entdeckt weinende steinkinder okay was soll man das jetzt sagen wir sind fast da warte mal war boah, Lümmel! Na komm! Na, jetzt bist du weg, Feigling. Kriegst du einmal ein paar Schläge, bist du weg? Ach, in dieser Wildnis will mich einfach alles töten. Alles töten, was kreucht und fleucht. Was ist mit dir verkehrt? Hier ist irgendwo ein verdammter Löwe. Ich werde gestalkt von einem Löwe. Scheiße, ich wollte nicht alles in Brand stecken. Ich werde gestalkt von einem Löwe. Oh je, äh, warte, was? So, haben wir das schon mal. Jetzt haben wir noch hier so einen Außenposten. Das heißt... Ich muss hier hin. Äh, ich muss wieder hier hoch. Verdammig, normal. Ach, je lang, okay. Oh, wartet mal kurz. Äh, geht sofort weiter. Geht sofort weiter. Oh, wartet mal kurz. Oh, wartet mal kurz. Oh, wartet mal kurz. Das ist mich, wie schön. Oh, wartet mal kurz. So, weiter. Sorry für die Unterbrechung, aber ich hab was Wichtiges zu klären. Hau ab, du dämliche Schrulle. Von wo denn? Du machst gar nix mehr. Alter, jeder normale Mensch rennt eigentlich weg. Och, Mann. Oh, 184. Ach, wir sind schon da? Okay. Mein Gott, Freya, ey. Verrecke, du Hure, so... Boah, ihr mit euren Scheiß. Ich würd mich ja ganz gern heilen. Heil dich doch mal jetzt, meine Fresse! Was brauchst du so lange immer? Ernsthaft, Alter. Krieg ich Aggression bei sowas, wenn das zu lange dauert? Was? What? Boah, verrecke! Dann muss ich das jetzt ganz allein machen. Boah, warum wechselt der dann automatisch auf diese fucking Keule? Die... Heil dich doch mal schneller! Boah, die mit ihrem Scheißfeuer immer, ey. Echt? Feuer mit Feuer, wie? Wo kam der denn jetzt her? Boah, du dämmliche Sau da oben! Komm runter! Feigling, ey. Echt, da krieg ich's Kotzen bei sowas. So, wo ist hier noch einer? Wo bist du? Komm raus, du Lappen! Boah, Feigling! Feigling! Alter, das hat mir jetzt Ressourcen gekostet. So, was das? Wie war's, wo ich jetzt Ressourcen? So, ist es, wer ist dauernd? So, wie war's hier? Denn du bist! ...undangstisch, Mannstisch, Mannstisch! Ich bin jetzt relativ glücklich! Entfernen, was du, dass du nicht bist! So, wie wär's hier auf die Straße? Abwechst du jetzt? Oh, wie war's hier! Das ist, was hier mit mir geimetern. So, wie war's hier? So, wie war's hier? So, wie war's hier! die fehlende zutaten sollen das wie 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 jeden fall gehört das land jetzt wieder uns hier ist ja auch noch was was ist denn das wir gehen da mal hin ist halt noch weit wo bin ich denn wo bin ich eigentlich warte mal da ja ich bin nicht weit entfernt also los auf geht's ist egal ob es nacht ist da kommt der holen freer es ist zwar nacht aber egal ich will nur gucken vielleicht machen wir die mission auf der will mir ans bein auch diese rote und nennen die sind so was war das denn oh gott lass mich in ruhe ich hab dir nichts getan laufe ich den voll in die aber was machen die aber auch in meinem bei meinen ritualplätzen so wie sieht es denn jetzt aus hier okay ich muss ein bisschen weiter rumlaufen hau doch ab aber erstaunlich wie lange die ein verfolgen hier ne nochmal überlegt so warte mal ich glaube ich muss eh hier rum ja ich will auch nicht hoch da oben sind nämlich bären und ich wette okay 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 fuck ich kann hier weglaufen okay 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 Mein Gott, verreckt doch jetzt, du Laptain. Was willst du eigentlich von mir? Dahinten mit deiner scheiß Keule. Nimm, nimm! Mein Gott, du brauchst zu lange, du bescheuertes Vieh, ey. Alter, was regt mich das auf, wenn das viel zu lange braucht? Verrecke, du Lappen! Ich kotze ab, Alter. Was braucht das denn so lange, ey? Naja, egal. Aber ich verstehe das nicht. Das sind eigentlich Elite-Haustiere, ne? Warum können die nix ab? Wie, kein Holz? Würdest du mich wollen? Ich muss alles nochmal machen, aber meine Ressourcen sind weg, oder was? Ach, egal. Naja. Ich würde sagen, das war es doch schon für heute. Äh, ja, mal gucken, ob ich das beim nächsten Mal mach oder nicht. Werden wir ja sehen. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen Tag, einen angenehmen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.